Okay, herzlich willkommen folks zu JackX. Wir waren jetzt in dieser Folge die Uferschleife befahren und das wird eine Einführrallye sein, aber hören wir doch einfach mal, was uns gesagt wird. Dies ist eine Zeitherausforderung. Ich weiß, deine Kiste kann verdammt schnell werden. Also geh da raus und lass es krachen. Die Leute erinnern sich nur an die schnelleren Zeiten. Für Lahmärsche gibt es keine Punkte. Genau. Okay, für Lahmärsche. Ashlyn, reiß dich mal ein bisschen zusammen hier, ja? Okay, Ausball. Und wir nehmen natürlich diesen Street Grinder hier, denn das ist bis jetzt mein schnellstes Fahrzeug. Wir haben ja noch ein anderes Fahrzeug, das werden wir dann wahrscheinlich nehmen für irgendwelche Todesrenner oder so. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie ich mich jetzt schlagen werde jetzt hier um diese Einführrallye. Let's go! Okay, da habe ich schon wieder mal den Boost verpasst. Aber mal sehen. Okay. Ui! Ey, was war das denn für eine geile Schraube? Ha! Aber wir sollten ja nicht vergessen, jetzt geht's um Zeit. Gott sei Dank keine Gegner, aber unser Gegner ist die Zeit und das reicht allein schon hier. Und ja, mal sehen, ne? Und ich muss natürlich wieder hier boosten, was das Zeug hält, springen, was das Zeug hält. Und ich habe Gott sei Dank diesen 10er Point hier bekommen. Okay, den habe ich gerade noch so bekommen. Gut. Ich bin gespannt, wie ich mich jetzt hier so schlagen werde mit dem Zeit-Rallye und der grünen Echo-Pokal-Herausforderung. Und ja, los, komm. Ziemlich verwinkelt hier die Strecke. Aber es macht auch die Sache hier so spannend. Okay, den habe ich verpasst. Ich muss auch daran denken, es gibt nur zwei Runden hier, dass ich auch wirklich in der zweiten Runde dann die letzten noch einsamme. So, hier haben wir welche. Zack, zack. Okay, ein paar verpasst, aber okay. Ich hoffe mal, dass ich mich die Strecke hier so gut wie möglich einbringen werde. Und, äh, ja, okay. Weil ich ja das immer so gut mache, mich Sachen einzubringen, ne? Okay, hier haben wir noch einen Fünfer. Zack. Mal springen, nochmal schlittern und, ja, okay. Ach, jetzt verstehe ich. Hier ist, ja, das ist hier, Okay, ich fahre lieber an den Sachen vorbei. Okay. Halt, was? Nein! Ja, du sagst es, Jack. Sprichst mir aus der Seele. Und aus der Seele kam der Teufel. Als ich in Flammen aufging. Gut, okay, komm, komm. Eine Runde ist um. Du sagst es. Das bedeutet, jetzt ist die letzte Runde da. Und, jetzt kommt es doch an. Ach, verdammt. Okay. Was ich nicht einsammle, versuche ich mit Boost rauszuholen. Aber ich denke immer mal, das wird nicht ausreichen, um Gold zu bekommen. Ja. Also Gold hier ist das Ziel. Gold ist das Ziel. Medizin. Brauchen wir auch nicht außer Acht lassen. Halt, halt. Okay, das war es mir wert, oder? War es mir das wert? Naja, so ein bisschen, oder? Okay, ich dachte, ich kann was erreichen, wenn ich schon mal vorher springe. Nicht, dass ich euch eine Münze übersehe. Och, Mann. Ich vergesse immer, das ist hier nicht Jack. Äh, was, was rede ich? Was rede ich? Hallo, stell dich auf. Das wäre ganz gut und so. Aber ich habe die Münze noch gekriegt. Genau. Das ist ja schön. Wenn ich die Münze, okay, ich habe die Münze da in Ecke gesehen, aber es war leider zu spät, um es zu realisieren. Aber jetzt, let's go. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann werde ich schon mal gleich im Voraus sagen, dann probiere ich es einfach nochmal, weil, ich denke mal, bei so einem Zeitrennen kann man, ist man motivierter, würde ich damit sagen. Ja, ist man motivierter, dass man nicht immer abgeknallt wird und so. Los. Nein. Oh, schon wieder. Was? Habe ich es bekommen? Ja. Irgendwie habe ich das jetzt bekommen, oder? Okay, muss wohl magnetisch sein hier. Ja, ich fahre schon wieder rein. Das gibt es noch nicht. Los. Die sacken wir noch. Okay. Jetzt eine Ziellinie. Los. Ergebnis. Bronze. Nee. Das muss ich nochmal machen. Also mit Bronze gebe ich mich garantiert nicht zufrieden. Erneut versuchen. Das geht gar nicht. Okay, jetzt kenne ich zumindest die Strecke und bin ein guter Dinger. Und gute Dinger sind bekanntlich nochmal. Los geht's. Hoffentlich läuft die Runde jetzt besser. Hier ein Fünfer. Und wir machen wieder ein toller Looping hier. Action. Okay, beim ersten Mal war es besser. Turbo. Gib mir Turbo. Komm. Komm schon. Zeig, was du drauf hast, Jack. Und wenn nicht, dann lass dich streicheln von Dexter oder so. Ich kann mir gut vorstellen, dass dich das ablenken wird während der Fahrt. Ja, das wird dich so tierisch ablenken. Also lass es, Dexter. Okay. Für einen Moment habe ich jetzt gedacht, dass es Nacht wird. Aber da täusche ich mich. Ja gut, bei mir ist es schon Nacht. So. Halbwegs. Okay, da habe ich den Turbo verpasst. Ja, ich verdorfe das nicht vergessen in der Ecke, ey. Ach, verdammt. Jetzt habe ich keinen Boost mehr. Nicht gut. Okay, wie sieht's denn aus? Ihr könnt das beurteilen. Ich kann da jetzt echt nicht mir leisten, da hochzugucken, rechts oben. Ah ja, okay. Die Münze hat mich jetzt hier drauf hingewiesen, dass ich... Ja, genau. Okay. Und genau, hier bin ich auch dran vorbeigefahren. Was? Ich fahre in die falsche Richtung. Was? Wieso explodiere ich denn? Oh, nee, oder? Wie war's denn mal mit einem Hinweis oder so? Ich fahre aber auch wieder letzte Depp im Moment. Kann das sein? Da bin ich in der ersten Runde ein bisschen besser gefahren. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich mich jetzt wirklich konzentrieren möchte, alles einzusammeln hier. So. Okay, irgendwo in der Ecke war noch ein Fünfer. Ein Zehner. Wollen wir mal hoffen, dass ich den nicht verpasse jetzt hier. Habe ich den schon verpasst? Irgendwo war doch die Ecke. Komm schon. Da vorne irgendwo, oder? Bin mir ganz sicher. Ruhig, langsam, langsam. Nee, hier war er nicht. Pass auf, und wenn's drauf ankommt, dann fahre ich wirklich wieder dran vorbei. Ah, der fährt aber auch richtig schlecht, muss ich sagen. So, komm, hier war er, oder? Nein, auch nicht. Verdammt, ey. Ich suche irgendwas, was ich schon längst eingesammelt habe. Wetten? Hauptsache, ich fahre da dran vorbei. Genau. Hier, da war er. Los. Komm schon. Na, Gold bekomme ich garantiert nicht. So schlecht, wie ich fahre. So. Noch ein kleiner Abschnitt. Ach, den schaffe ich schon wieder nicht. Verdammt. Okay, links halten. Irgendwo links halten, denn... Auf der rechten Seite haben wir schon den Fimo eingesammelt. So, komm, ja, ich saß noch, und dann... Okay. Und jetzt wieder irgendwo links halten. Genau. Und jetzt hier voll Gas. Komm schon. Hab ich's? Ja. Ah, ich hab's geschafft. Okay. Hat sich noch ausgezahlt, dass ich's beim zweiten Mal nochmal... versucht habe. Okay. Aber es war knapp. Es war echt knapp. Mich hat garantiert... Wie viele Sekunden? Wo sehe ich jetzt meine Zeit? Ah, schon weggedrückt, wa? Ich glaube, 2.10 war Gold dann. Okay, zurück zum Menü. Du hast deinen Heck-Kotflügel gewonnen. Yeah. Kotflügel. Juhu. Jun be muss. Alles. Okay. jes. muddy.